Die AT West-Mecklenburg ist Partner für Macher. Wer die Gründung des eigenen Unternehmens plant oder mit seinem Start-up wachsen will, findet hier verlässliche und kompetente Unterstützung. Seit mehr als elf Jahren arbeitet die AT mit starken Partnern wie den Wirtschaftskammern und Ministerien eng zusammen, um Existenzgründern den Weg zu ebnen und wachsenden Unternehmen neue Türen zu öffnen. Die AT hilft Ihnen, wenn Sie eine Gründung planen, gerade im technischen Bereich. Die AT ist Ihr Partner, wenn Sie die Schutzrechtssituation geprüft haben möchten, wenn Sie wissen möchten, ob Sie ein Patent anmelden können, ob Sie eventuell ein Schutzrecht verletzen. Und wir helfen Ihnen natürlich als Partner an Ihrer Seite bei allem, was die gesamte Fleißarbeit vom Konzept über Fördermittelanträge und über alle anderen Papiere, die Sie brauchen, in Zusammenhang steht. Die AT prüft Ihre Ideen zielgerichtet auf Marktchancen und Umsetzbarkeit. Wir suchen für Sie finanzstarke Kooperationspartner, verschaffen Ihnen Zugang zu interessanten Netzwerken europaweit und arbeiten Ihre Konzepte und Finanzierungen aus. Wir sorgen dafür, dass Ihr Unternehmen gelingt, von Anfang an. Die AT ist in der Lage und hat ein gutes Händchen dabei, erfahrene Unternehmer und junge Unternehmer zusammenzubringen zum Erfahrungsaustausch. Dabei können die jungen Unternehmer natürlich sehr gut Erfahrungen nutzen, die sie nicht selber machen müssen. Aber auch die erfahrenen Unternehmer kriegen nochmal so ein wenig von Dynamik mit, kreative Ideen und so weiter. Das ist also ein Vorteil von beiden Seiten, den die AT organisiert. Die AT ist fachkompetent, wenn es um technische Dinge geht. Das heißt, man kann sich mit Ihnen auf einem bestimmten Niveau dann auch unterhalten, wenn es um technische Fragen geht. Und sie hat den Vorteil, auch wiederum andere Verbindungen zu anderen Unternehmen und Netzwerken haben, sodass, wenn man Fragen technischer Natur hat, sie sofort auch einen Ansprechpartner unter Umständen weiß, wo man sagt, das können wir mit dem und dem dann lösen. Und das hilft uns dann schon an verschiedenen Stellen weiter. Und wenn es um finanzielle Dinge geht, die AT hilft Ihnen auch dabei. Das AT-Team ist darauf spezialisiert, für Gründungsunternehmen die richtigen Geldgeber zu finden. Denn für die Finanzierung von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben gibt es zahlreiche Möglichkeiten. Die AT kennt die besten. Nutzen Sie die Kompetenzen des interdisziplinären Teams der AT West-Mecklenburg, um die Erfolgsaussichten für Ihr Vorhaben zu erhöhen. Die AT hält Ihnen den Rücken frei, damit Sie sich auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren können. Innovationen brauchen Anschub.